Meine Damen und Herren, es ist sehr schön, dass Sie der Eröffnung von der Wahlkreise nun nichts mehr angehören mit der Präsentung. Da freuen wir uns sehr und sind auch dankbar, dass Sie da sind. Alle Temperaturen dementsprechend sind ein bisschen hoch angewiesen, denn das Aufkommen von den Leuten und Frequentieren, wer dort stärker ist, ist aber für uns am Anfang, bevor wir zu hoffen. Darum jetzt aber, der Mann, der die Temperaturen runterführt wird, aber sie bestens wird über zu runter bringen, auch wenn es vielleicht die eine oder andere ist, wäre ich Schweißperlen, wäre ich vergüsse, denn er ist ein roter oder erb roter Sprecher.